Ich wurde diese Woche in Social Media gefragt, sollte man die linke Ferse heben beim Abschlag? Und die Antwort ist, ja, kann man, kommt drauf an, aber wahrscheinlich. Das ist eine ganz schlechte Antwort. Die Antwort ist aber viel spannender. Die genaue Antwort ist natürlich, wofür hebe ich die Ferse und was habe ich denn davon? Weil ich mache es manchmal und manchmal nicht, weil ich zwei verschiedene Arten von Abschlag habe. Ja, beide sind mit meinem Driver, also ich schlage beide mal einen Drive, aber ich habe einen eher Fairway Finder und einen eher Maximallänger. Maximallänger nicht wirklich wie Kyle Barkscher und die Long Driving Typen, sondern so eher für kleine Typen wie ich. Also der Ball soll schon ins Spiel kommen, aber ich habe noch dazu einen Fairway Finder. Und ich habe gerade acht Bälle auf dem Trackman gemacht, abwechselnd mit Fairway Finder, Maximallänger, Fairway Finder, Maximallänger. Und die sehen so aus. Und da sieht man, dass ich variieren kann, bewusst, beziehungsweise wenn ich meinen Fairway Finder schlage, um wirklich mit der Bahn zu sein, kann ich ja nur bei so 95, 96, 97 und dann wird es unkontrolliert. Und das ist dann nicht mehr der Sinn der Sache des Fairway Finders. Wenn ich maximallänger brauche, dann muss ich dafür sorgen, dass ich mehr Geschwindigkeit bekomme. Und für mich mehr Geschwindigkeit ist weiter ausholen. So lasst uns meine beiden Schwünge jetzt angucken. So jetzt mache ich meinen Fairway Finder. Das ist ein Schlag, bei dem ich sehr, sehr sicher sein kann, also gefühlt so irgendwie 90 Prozent den Ball mit der Fairway bringen kann. Da bewege ich mich nicht so viel, der Aufschwung ist viel kürzer, der Blick bleibt mehr auf den Ball und dadurch habe ich einen Schlag, der sehr, sehr stabil und gerade in der Luft liegt. Leider nur 96, 97 Meilen Geschwindigkeit und dafür nicht so super lang, aber lang genug, weit über 200 Meter, weit genug, um im Spiel zu sein. Jetzt kommt mehr Länge. Was ich persönlich machen muss, und viele von Ihnen würden so auch sein, ich muss mehr ausholen. Aber durch die, wie wir alle nun mal haben, etwas eingeschränktere Flexibilität in der Buswirbelsäule und Halswirbelsäule, weil ich nun mal über 50 bin, ist wirklich wahr. Aber es ist so, dass wenn ich hier hinkomme, was super ist für meinen Fairway Finder, das reicht nicht aus, um Geschwindigkeit zu machen, sondern ich muss mehr. Und der einzige Weg, wie ich mehr machen kann, ist den Fuß zu heben und so weit ausholen, sodass gefühlt der Schläge zum Parallel kommt. Dann mache ich das eben so. So kann ich viel mehr Geschwindigkeit machen, habe aber ein bisschen weniger Kontrolle. Das heißt, es passt nur auf eine bestimmte Sorte von Bahn, wo der Ball ein bisschen rechts und links gehen kann. Und dafür habe ich natürlich sehr viel mehr Länge. Ich schaffe 105 Mal, manchmal ein bisschen mehr und kann 270 Meter schlagen, wenn alles zusammenkommt mit Eintriffwinkel und Co. Insofern hebt man die linke Ferse im Schwung. Ja, wenn ich meinen langen Maximalgeschwindigkeitball mache. Wenn ich das nicht machen will und lege mehr Wert auf Gerade, dann tue ich es eben nicht. Vielleicht ist Ferseheben ein Weg, wie Sie auch weiter schlagen können. Probiert es mal aus. Dadurch hat man mehr Schwung länger. Aber bevor man sagt, ah, nee, das ist nichts für mich, ich schlage lieber Gerade, denkt mal daran, es gibt eine genaue Korrelation zwischen Schlägekopfgeschwindigkeit und Handicap. Also ist es wärmstens zu empfehlen, dass man das ausprobiert. Probier mal aus und schreib mal unten in den Kommentaren, wie es ist. Vergesst nicht, hier unten zu liken und abonnieren und so weiter. Das gehört natürlich dazu und ich freue mich, von euch zu hören. Das gehört natürlich dazu und ich freue mich, von euch zu hören.